Momentum Trading, die schnellste Art, einfach Geld zu verdienen. Du hast dich sicherlich schon oft gefragt, wie ist es möglich, kontinuierlich wie unsere Kunden wöchentlich 1, 2, 3%, ja in der Spitze sogar 5 oder 10% Performance in einer Woche einzufahren. Das ist möglich mit Momentum Trading und im heutigen Video möchte ich dir zeigen, was Momentum Trading ist, wie du es umsetzen kannst und was es mit dem 6-Phasen-Modell auf sich hat. Mehr dazu in meinem neuesten Video. Ja, es ist schon spannend zu sehen, dass es so viele unterschiedliche Möglichkeiten im Trading gibt und trotzdem gibt es nur einen kleinen Teil der Trader, die wirklich erfolgreich sind. 80, 85% der Trader schaffen es nicht, kontinuierlich hohe Renditen zu erzielen. Schlimmer noch, sie verlieren sehr viel Geld an den Märkten. Warum ist es so? Weil sie keinen duplizierbaren Handelsansatz haben, der, und das ist jetzt wichtig, einen positiven Erwartungswert hat. Was bedeutet das? Wichtig ist es, als Trader ein System zu handeln, das kontinuierlich dafür sorgt, dass du viele hundert, wenn nicht sogar tausende von Euros monatlich oder wöchentlich als Trader einfahren kannst. Und zwar mit einem System, was dir eine hohe Trefferquote bietet, was dafür sorgt, dass du entspannt als Trader arbeiten kannst und was duplizierbar ist. Was verstehe ich also unter Momentum-Trading? Es ist die Geschwindigkeit und die Stärke des Marktes. Die meisten Trader sind unterwegs und handeln, gerade wenn sie anfangen, Indizes oder Devisen. Doch hier hast du in den seltensten Fällen ein starkes Momentum und schon gar nicht eine große Geschwindigkeit an Performance. Ein Index macht durchschnittlich 6 bis 8% Performance im Jahr. Ja, einzelne Aktien beispielsweise, und dazu werde ich dir heute Beispiele bringen, machen 10, 20, 30% in wenigen Wochen. Und das ist Momentum. Und wenn du das als Trader für dich nutzt, dann hast du die Waffe erkannt, wie du kontinuierlich hohe Renditen als Trader bekommst. Wichtig ist, du kannst sehr gut erkennen, ob du einen starken Trend hast, denn auf Stärke folgt Stärke. Und du kannst vor allen Dingen davon ausgehen, wenn du einen starken Trend hast, dass dieser starke Trend auch länger anhält. Das Ziel ist also, von fortlaufender Stärke Momentum zu profitieren und zwar sowohl im Bewegungshandel als eben auch im Trendhandel. Und dabei ist es völlig unabhängig, ob du sagst, ich bin jetzt Privatperson, ich habe wenig Zeit, vielleicht 30 Minuten am Tag. Ich kann nur einmal am Tag mich überhaupt drum kümmern oder ob du sagst, nee, ich habe auch mal eine Stunde Zeit, um das Ganze für mich zu nutzen. Du kannst Momentum Trading in jeder Zeiteinheit für dich nutzen, um das optimale Trading Ergebnis für dich zu erzielen. Doch wo liegen jetzt die großen Vorteile des Momentum Tradings? Es geht erst einmal darum, genau zu schauen, okay, wo habe ich denn eigentlich die stärksten Märkte und was sind die stärksten Aktien dann aus diesem Index? Denn was du möchtest, ist nicht, wie die Masse der Trader irgendetwas handeln. Du möchtest nicht irgendeine Aktie handeln, sondern du möchtest die handeln, die am stärksten ist. Du möchtest die Aktie haben, dass, wenn du eingestiegen bist, sofort der Gewinn zu dir kommt. Und du möchtest nicht ein bisschen Gewinn haben, wie die meisten Trader einfahren, sondern du möchtest große Gewinne einfahren. Das setzt allerdings voraus, dass du eben trendstarke Aktien handelst. Wie das funktioniert, schauen wir uns im Laufe des Videos an. Du nutzt kurzfristige Gewinnmöglichkeiten. Die meisten Trader suchen immer nach irgendwelchen Chancen, haben aber keinen festen Handelsplan. Wenn du einen festen Plan hast, wenn du immer wieder die gleichen Dinge tust, dann kannst du auch kurzfristige Gewinnmöglichkeiten im Markt für dich erkennen. Nämlich immer dann, wenn Momentum auftritt. Und das sorgt dafür, dass du eine hohe Flexibilität im Trading hast. Denn das ist wichtig. Du brauchst auf der einen Seite ein System fahren wie auf Schienen und auf der anderen Seite dir volle Flexibilität bietet, indem du wirklich nur die Märkte aussuchst und die Aktien aussuchst, die wirklich mit Abstand am stärksten sind. Warum ist das so wichtig? Nun ja, die Aktien, die stark sind, die eine hohe Performance haben, haben eine hohe Aufmerksamkeit. Und je mehr Leute das sehen, dass eine Aktie steigt, desto mehr Menschen möchten diese Aktie kaufen. Das wiederum sorgt dafür, dass noch mehr Momentum aufkommt, die Aktie noch schneller steigt und dadurch noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Also das ist eines der wichtigsten Dinge im Handel, auf diese Dynamik zu achten, die da ist. Und so kannst du es schaffen, objektiv Handelsentscheidungen zu treffen. Du hast einen systematischen, duplizierbaren Handelsansatz, das dafür sorgt, dass du Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat immer wieder dieselben Dinge tust und dann dasselbe Ergebnis erwarten kannst. Und das ist doch das Tolle als Trader, wenn du immer wieder Woche für Woche, Monat für Monat hohe Gewinne einfährst. Man spricht oft davon, dass man als Trader 1, 2, 3% Performance in der Woche erreichen kann. Und genau das ist es. Wir sehen es bei unseren Mentories ja, dass hier die durchschnittliche Performance bei 1, 2% liegt. Aber die guten Trader schaffen es auch 3, 5, 10, ja zum Teil 20% und mehr. Nicht im Monat, sondern in der Woche zu erreichen. Und rechne dir mal aus, was das auf deinem Konto bedeutet, wenn du 3, 5 oder 10% in einer Woche an Performance machst. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Du hast ein 25.000 Euro Konto und du machst eine Performance von einem Prozent, dann sind das 250 Euro. Bei 3% hast du schon 750 Euro. Naja und bei 10% sind es schon 2.500 Euro. Mit einem Konto von nur 25.000 Euro, 2.500 Euro in einer Woche. Und das ist eben sehr, sehr wichtig zu verstehen im Trading, dass du unfassbar viel Geld verdienen kannst. Aber es ist wichtig, dass du ein klares System hast, das auf Momentum setzt. Weil nur wenn du die stärksten Aktien in deinem Portfolio hast, dann kannst du es schaffen, kontinuierlich so hohe Renditen zu erzielen. Und wichtig ist dabei natürlich ein klares Einstiegssignal zu haben und auch eine gute Ausstiegstechnik. Denn die meisten scheitern daran, dass sie eben erstens nicht die richtigen Aktien auswählen, nämlich die mit viel zu wenig Momentum. Und dann haben sie auch noch ein Handelssetup, was nicht wirklich optimal funktioniert, womöglich auch noch Indikatoren getrieben. All das funktioniert natürlich nicht. Du brauchst ein klares System mit festen Einstiegs- und Ausstiegstechniken, um das Maximale aus deinem Trade herauszuholen. Worauf achte ich jetzt aber im Detail beim Trading genau? Was macht das Momentum-Trading so großartig, so massiv, dass du hier wirklich einen Handelsansatz hast, der dafür sorgt, dass du kontinuierlich hohe Margen hast? Wichtig ist, die Grundlage des Tradings ist erst einmal zu verstehen, dass Stärke Stärke erzeugt. Wir schauen darauf, dass wir einen markttechnisch basierten Handelsansatz haben. Das heißt, Trends halten länger an, als dass sie sich umkehren. Wenn du in einem Aufwärtstrend bist, beispielsweise in einer sehr starken Aktie, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass sich dieser Trend fortsetzt, als dass er sich umkehrt. Doch es gibt immer wieder Trader und es ist mehr als die Hälfte, die wollen das nicht wahrhaben. Sie machen genau das Gegenteil. Sie sorgen dafür, dass sie es nicht schaffen, kontinuierlich hohe Gewinne für sich einzufahren. Warum? Weil sie genau das Gegenteil von dem eigentlich machen, was Sinn ergibt. Nämlich sie setzen nicht auf Trendstärke, sondern sie versuchen immer gegen den Markt zu handeln, abzuverkaufen. Warum? Weil ihr Gehirn ihnen sagt, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass eine Aktie beispielsweise, die jetzt 10, 20, 30 Prozent am Stück gestiegen ist, weiter steigen soll. Ich höre das immer wieder, dass man sagt, ja, die Aktie ist doch schon so weit gestiegen. Ja, wenn das nicht möglich wäre, wie kann es dann sein, dass eine Aktie wie Nvidia beispielsweise so unfassbar nach oben gegangen ist, 50, 100 Prozent in einem Jahr, auch in diesem Jahr wieder 50, 60, 70, 80 Prozent gestiegen ist, Rheinmetall. Überall findest du diese Beispiele und natürlich gehen Aktien immer weiter hoch. Und ja, irgendwann kommt die Korrektur, aber der Trend hält halt länger an, als dass er sich umkehrt. Momentum entsteht allerdings auch durch Nachrichten, also auch News-basiertes Handeln hat seine Vorteile, weil du hier natürlich in kurzer Zeit eine Initialzündung hast und es von dort aus dann sehr schnell dann in eine Richtung geht, weil sich Momentum von einer Sekunde auf die andere aufbaut. Die Grundlage aber allen Tradings ist, dass du einen sauberen Trend identifizierst. Es nützt gar nichts, eine starke Aktie zu finden, wenn du nicht sicherstellst, dass du hier auch einen Trend hast. Und einen Trend kannst du sehr einfach erkennen, indem du steigende Hochs und steigende Tiefs hast. Immer nur dann liegt ein Aufwärtstrend vor. Hast du keine steigenden Hochs und gleichzeitig steigende Tiefs, bist du in einer trendlosen Phase und wirst wie 80 Prozent der Trader da draußen Geld verlieren. Dasselbe gilt umgekehrt natürlich auch, wenn du auf fallende Kurse setzt, Short. Dann brauchst du fallende Hochs und fallende Tiefs. Immer wenn das vorhanden ist, hast du einen Trend. Jetzt geht es nur noch darum, hast du auch starkes Momentum in diesem Trade und dann hast du auch hier wieder die Chance, mit dem richtigen Handelssetup sehr viel Geld zu verdienen. Solltest du aber auch hier in eine trendlose Phase hineingehen und das handeln, wirst du im Regelfall Geld verlieren. Und jetzt kann man es sehr einfach runterbrechen. Frag dich einfach selber, wie sind deine letzten vier Wochen gelaufen, sind die letzten drei Monate gelaufen oder von mir aus auch die letzten sechs Monate bei dir im Trading. Hast du es geschafft, in einer Marktphase, die so gut war wie in den letzten sechs Monaten, wo es kontinuierlich nur weg aufgegangen ist an den Märkten, bis auf kleine Korrekturen, hast du es geschafft, in dieser Zeit pro Woche ein, zwei, drei Prozent und mehr Performance einfahren zu können. Wenn ja, dann hast du schon vieles richtig gemacht. Wenn du aber es nicht schaffst, kontinuierlich vier, sechs, acht, zehn Prozent im Monat an Performance einzufahren, dann musst du auf jeden Fall auf dein Trading achten, denn du hast grundlegende Probleme noch nicht gelöst und eines der Lösungen ist wahrscheinlich, dass Momentum Trading in Kombination mit Stärke sorgt für Stärke. Seitwärtstrends sind die größten Probleme der meisten Trader und deswegen habe ich auch vor über 20 Jahren ein System entwickelt, das sogenannte Sechs-Phasen-Modell, das dafür sorgt, dass man mit einem einzigen Blick auf den Chart erkennt, ob wir uns in einem Aufwärtsmarkt befinden, wo man auch wirklich handeln sollte, ob man in einem Abwärtstrend ist, wo man Short-Traden sollte, also auf fallende Kurse setzt oder ob wir uns in einem Markt bewegen, der eher seitwärts tendiert, also trendlos ist. In diesem Markt sind die meisten Trader unterwegs in einem Seitwärtsmarkt und verlieren kontinuierlich viel Geld. Ich hoffe, du gehörst nicht dazu. Wenn du aber dazu gehörst, dann wirst du heute aus diesem Video sicherlich unfassbar viel mitnehmen, weil in Seitwärtsmärkten kontinuierlich Geld zu gewinnen, ist sicherlich eines der schwersten Aufgaben, die man sich als Trader stellen kann. Viel, viel einfacher ist, das Momentum auf seine Seite zu bringen und wie der Besitzer einer Spielbank kontinuierlich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, viele, viele tausend Euro für sich zu vereinnahmen, wie das eben erfolgreiche Trader machen. 2001 habe ich das sogenannte Sechs-Phasen-Modell für mich entwickelt. Es hilft mir, seit über zwei Jahrzehnten kontinuierlich hohe Renditen von 50, 80, 100 Prozent und mehr als Trader zu realisieren und das mit einem Zeitaufwand von 30 bis 60 Minuten am Tag. Wie sieht dieses Sechs-Phasen-Modell aus und was sind die Schwerpunkte davon, die es mir möglich machen, innerhalb von einer Sekunde zu entscheiden, ob ich eine Aktie long, short oder gar nicht handeln möchte. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass beim Sechs-Phasen-Modell es ähnlich angelegt ist, wie in der Wirtschaft selber auch. Es gibt Phasen, wo Märkte nach oben laufen, kontinuierlich, wo es den Unternehmen wirklich gut geht. Dann gibt es diese Top-Phase, wo es immer schneller wächst, wo das Umsatzwachstum immer größer wird, immer größer wird, immer größer wird und dann kommt die sogenannte Top-Bildung. Von hier aus geht es im Regelfall nicht weiter, wir haben häufig Vollbeschäftigung und dann geht es kontinuierlich wieder bergab. Irgendwann folgt dann eine Rezession und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und das habe ich mir als Grundlage genommen für das Sechs-Phasen-Modell und habe es dann auf den Aktienmarkt umgelegt. Denn ihr wisst es wahrscheinlich schon, Wirtschaft und Aktienmarkt laufen zwar grundsätzlich ähnlich, aber wir haben im Börsenbereich einen sogenannten Vorlauf. Das heißt, die Börse zeigt schon vorher an, was die Wirtschaft erlebt. Warum? Weil sie immer Dinge vorweg nimmt. Und das ist einfach eine sehr, sehr gute Sache, die es dir als Trader ermöglicht, alleine mit dem Sechs-Phasen-Modell besser zu traden als 95% der Trader da draußen. Und das ist ein Riesenvorteil, den du für dich nutzen kannst, den ich seit über 20 Jahren für mich nutze und den natürlich auch unsere Kunden nutzen. Was steckt aber jetzt hinter dem Sechs-Phasen-Modell? Es geht darum, die verschiedenen Marktphasen zu bestimmen, weil es macht einfach in bestimmten Marktphasen keinen Sinn, viele Trades aufzusetzen. Denn man muss verstehen, als Trader wirst du nicht für die Masse deiner Trades bezahlt. Du wirst dafür bezahlt, richtige Entscheidungen zu treffen. Das heißt, es kommt auf die richtigen Trades an, wo es viel Momentum gibt und wo du sehr viel Geld in kurzer Zeit verdienen kannst. Du brauchst also eine gute Marktphasen-Bestimmung, die über das Sechs-Phasen-Modell sehr einfach darzustellen ist. Es kommt auf die Trendbetrachtung an im Kontext zur aktuellen Marktphase und es geht eben darum, zu schauen, ist das Ganze auch nachhaltig. Dafür haben wir ein Konzept entwickelt, das Schritt für Schritt dich genau durch diesen Weg führt, um dafür zu sorgen, dass du mit dem Sechs-Phasen-Modell innerhalb von einer Sekunde entscheiden kannst, ich möchte die Aktie auf meiner Watchlist long haben, short haben oder ich möchte sie gar nicht haben. Es ist halt sehr wichtig, dass man genau diese Differenzierung vornimmt und dieser Screening-Prozess, den wir einmal in der Woche auch durchführen, der ist eben wichtig, damit du wirklich eine gute Watchliste von 10, 15 Kandidaten hast und dann brauchst du unter der Woche tatsächlich vom Montag bis Freitag vielleicht noch 15, 20 Minuten, um deine Order vielleicht aufzusetzen, deine Stops nachzuziehen und das war's. Weil mehr musst du als Trader gar nicht machen, du musst einmal den Screening-Prozess machen und dann kannst du in der Woche mit 15, 20 Minuten Zeitaufwand dann deine Stops nachziehen oder eben entsprechend neue Orders aufsetzen. Doch was sind jetzt diese sechs Phasen? Ich habe sie unterteilt in die unterschiedlichen Bereiche, die wir auch aus der Wirtschaft her kennen. Das ist einmal die Unsicherheit nach einem Abwärtstrend. Wir haben jetzt ja in den letzten Jahren doch einige Krisen gehabt, wir haben die Corona-Krise gehabt, wir haben aber auch 2022 Krieg in der Ukraine gehabt, der natürlich auch noch immer da ist, aber das, was an der Börse passiert, ist ja, dass wir neue Hochs gemacht haben. Das heißt, wir haben mit dem Krieg natürlich fallende Kurse gesehen am Aktienmarkt, doch dann hat sich das Ganze wieder stabilisiert und der Aktienmarkt ist wieder nach oben gelaufen, hat sogar neue Jahreshochs, neue Allzeithochs gemacht. So, und ich möchte jetzt gar nicht erklären, warum das so weit vorliegt, sondern ich möchte euch zeigen, wie das mit diesem Modell sehr einfach für uns darzustellen ist und warum es mir möglich ist und unseren Kunden so viel mehr Performance zu machen ist, als jeder andere Trader da draußen macht. Es geht darum zu erkennen, wann solltest du nicht handeln. Wenn du zum Beispiel Unsicherheit in einem Markt hast und das kannst du hierdurch sehr einfach identifizieren, dann macht es keinen Sinn, große Positionen aufzumachen. Da ist es viel besser, sich auf News zu konzentrieren, aber nicht irgendwelche Aktien zu handeln, von denen du glaubst, sie sehen gut aus. Denn es kann jeden Tag irgendeine schlechte Nachricht kommen und treibt dann diese Aktie wieder nach unten. Irgendwann nach einem Abwärtstrend kommt es dann zu einer Stabilisierung. Und hier sind dann auch erste Einstiege möglich, aber mit ganz kleinem Risiko im Verhältnis, weil es ist eben eine Situation, die noch nicht so hundertprozentig klar ist. Du wirst hier auch schon anfangen, wieder kontinuierlich kleine Gewinne zu machen, aber noch nicht das Große, denn das Große kommt erst in Phase 3. Hier hast du die höchste Gewinnwahrscheinlichkeit auf der Long-Seite. Das ist wichtig zu verstehen. Immer wenn die Märkte einen sauberen Trend haben, eine Trendstärke entwickelt haben, das Momentum in den Markt gekommen ist, dass viele Marktteilnehmer sagen, ja, das ist es. Vor allen Dingen sind dann auch meistens schon die großen Pensionskassen und Fonds positioniert, die dafür sorgen, dass die Kurse nicht mehr fallen werden, dann hast du die größte Gewinnwahrscheinlichkeit. Das ist das, was wir seit November 2023 gesehen haben. November, Dezember, Januar, Februar, ja, und auch der März hat dafür gesorgt, dass es Stück für Stück nach oben ging an den Märkten, dass wir ein Jahreshoch nach dem anderen gesehen haben, dass wir einen Allzeithoch nach dem anderen bekommen haben. Und das nicht nur in den Indizes, sondern natürlich auch in den Aktien, nur, dass wir hier nicht 10% nach oben gelaufen sind, sondern 20, 50, 60, 70% und mehr in den einzelnen Aktien. Das heißt, hier in dieser Phase heißt es, wirklich jeden Tag am Ball zu sein, um hier die besten Trades mitzunehmen. Und das kann man machen mit einem zeitlichen Aufwand von circa 20 Minuten am Tag. Doch all das Schöne ist auch irgendwann einmal vorbei und das kennen wir auch aus anderen Lebensbereichen, aber im Trading ist es halt ganz klar, wenn du diesen Bereich nicht erkennst, wirst du einen Teil deiner Gewinne wieder abgeben. Und machen wir uns nichts vor, 80% der Trader da draußen verlieren langfristig Geld. Warum? Weil sie einfach zu bequem sind oder es nicht besser wissen, wie man das Ganze für sich umsetzt. Es sollte jedem Trader klar sein, dass es unterschiedliche Phasen in den Märkten gibt, wo wir unterschiedlich viel Geld verdienen, aber vor allen Dingen sollte man als Trader wissen, wann man die Finger vom Markt lassen sollte und sich nur noch auf das Thema News konzentrieren sollte. Und nach der Top-Bildung, das ist, wenn wir oben beispielsweise am Hoch angekommen sind, dann ist es ja wieder wichtig zu erkennen, okay, war es das jetzt, kommt hier nur eine Korrektur oder kommt es hier zu einer richtigen Umkehr im Markt, bekommen wir einen neuen Trend, der nach unten zeigt, wo wir dann wieder richtig viel Geld verdienen können, dann allerdings nicht mehr auf der Long-Seite, sondern auf der Short-Seite. Denn hier hast du dann die höchste Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn du nicht mehr auf steigende Kurse setzt, sondern auf fallende Kurse setzt. Der Vorteil vom Short-Trading ist, dass es deutlich schneller geht und dass du in kurzer Zeit noch viel mehr Geld verdienen kannst als im Long-Handel. Ein einfaches Beispiel. Zur Corona-Krise 2022 ist der Markt innerhalb von nur sechs Wochen im DAX 40 Prozentpunkte gefallen. Und nicht nur der große Index, sondern eben auch viele einzelne Aktien. Aber anschließend hat der Markt acht Monate gebraucht, um wieder auf die Hochs zu gehen. Das heißt, er hat in sechs Wochen alles verloren, beziehungsweise 40 Prozent, um dann anschließend wieder auf neue Hochs zu gehen. Und genau das ist der Vorteil im Trading. Auf der Short-Seite kannst du in kurzer Zeit viel Geld verdienen, während du auf der Long-Seite kontinuierlich dein Geld verdienst. Am Ende, wenn man einen Strich drunter macht, verdient man in beiden Märkten viel Geld, aber wichtig ist, zu wissen, wann muss ich was tun. Wie kann man dieses Wissen jetzt optimal als Trader für sich umsetzen? Wichtigste Erkenntnis ist erstmal, es macht keinen Sinn, immer im Aktienmarkt als Trader unterwegs zu sein, wenn du einfach nur blind eine Auswahl von Aktien triffst. Es macht Sinn, als News-Trader immer dann zu handeln, wenn du starke News hast. Und es macht vor allen Dingen dann Sinn, als Trader im Markt zu sein, wenn du eine trendstarke Phase hast. Und wir bezeichnen die starken Phasen eben Phase 3 und 6. Phase 3 eben, wenn du in einem Long-Markt bist, wo, ich sag mal, fast jeder in diesem Markt sehr viel Geld verdienen kann, was wir seit November diesen Jahres gesehen haben, dass Märkte sehr stark sind, wo wirklich jeder, fast egal mit welchem System, irgendwie sich durchschlingelt, plus minus null ist oder in den Gewinn kommt. Richtig gut sind dann die Trader, die das Maximale herausholen, nämlich auf trendstarke Aktien setzen, um das Maximale dann für sich zu vereinnahmen. Und das sehen wir auch bei uns im Mentoring, wenn dann unsere Teilnehmer es schaffen, kontinuierlich 2%, 3%, 4% pro Woche zu erzielen. Die besten sogar 6, 8, 10. Wir haben sogar Trader dabei, die bis zu 20% und mehr in einer einzigen Handelswoche als Trader erreichen. Das ist nur in diesen beiden Phasen möglich. Phase 3 und Phase 6. Hier wartet das Geld im Prinzip auf die Trader. Du musst es einfach nur abholen. Und das ist eben die Kunst im Trading. Zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen treffen. Und wenn du eben in diesen Phasen bist, wo es sehr einfach ist, wo du starke Long-Phasen hast oder starke Short-Phasen hast, dann ist es wichtig, eine gut prall gefüllte Watchliste zu haben mit den stärksten Aktien, mit den stärksten 10, 50, 15 Werten, nicht 50, sondern 15, damit du diese dann auch entsprechend für dich umsetzen kannst und diese für dich dann das Geld verdienen. Denn als Trader, machen wir uns nichts vor, werden wir nicht für die Masse der Trades bezahlt, sondern für die richtigen Trades, die wir machen, die richtigen Entscheidungen, damit du am Ende eines Monats oder am Ende einer Woche viele tausend Euro als Trader verdienst. Es geht dann darum, den optimalen Einstieg mit einem Handelssetup natürlich auch umzusetzen. Das heißt, es geht nicht nur darum, zu wissen, wann muss ich wann handeln, sondern es geht vor allen Dingen natürlich auch darum, dann in einem zweiten Schritt zu schauen, okay, wie komme ich denn jetzt auch optimalerweise in eine Aktie hinein. Das heißt also, du brauchst ein Handelssetup. Die spannende Frage ist aber, kannst du mit jedem Handelssetup zu jeder Zeit traden oder macht es Sinn, in unterschiedlichen Marktphasen unterschiedlich zu traden? Und dieses Problem haben wir sehr einfach gelöst. Auf der einen Seite sorgen wir mit dem Sechsphasenmodell dafür, dass du zur richtigen Zeit die richtigen Aktien auswählst und auf der anderen Seite nutzen wir natürlich unterschiedliche Handelssetups. Ich möchte dir jetzt hier ein Handelssetup zeigen, in Kombination, welcher Markt ist am stärksten, wie komme ich denn überhaupt rein. Das ist ein kleiner Einblick in das, was wir bei uns im Mentoring machen, damit du verstehst, warum es so einfach ist, für uns immer den stärksten Markt oder auch eben entsprechend die stärksten Aktien zu finden, die kontinuierlich dafür sorgen, dass du ein, zwei oder auch drei Prozent pro Woche als Trader erreichst und zwar ohne Hebelprodukte. Erst einmal ist es wichtig zu schauen, was ist denn überhaupt der stärkste Markt? Daran scheitern ja schon die meisten Trader, dass sie nicht erkennen können, soll ich jetzt lieber in Deutschland handeln, soll ich lieber in den USA handeln? Ich nehme mal Asien aus, weil das ist nicht meine Zeit. Ich schlafe nachts lieber, als dass ich im asiatischen Markt mir Dinge anschaue. Ich verstehe auch den Markt nicht so zu 100 Prozent wie den europäischen oder auch den amerikanischen Markt. Also handele ich nur das, was ich wirklich zu 100 Prozent verstehe. Das ist etwas, was ich von Warren Buffett mitgenommen habe, der einmal gesagt hat, er handelt nur Dinge, die ihr zu 100 Prozent versteht und das kann ich auch euch nur raten. Bleibt bitte bei den Produkten, die so einfach sind, dass ihr sie umsetzen könnt. Das ist bei Aktien so, weil dort habt ihr niemanden, keinen Emittent dazwischen, sondern ihr kauft eine Aktie von jemandem, der sie verkauft, über die Börse. Das ist die einfachste Art des Handelns und bringt den höchsten Porfit. Jetzt aber kommen wir zum Beispiel zur Trendbestimmung mit dem Sechs-Phasen-Modell. Ihr könnt auf dem Bild erkennen, dass wir hier einen Aufwärtstrend haben, dass wir ein altes Hoch haben, wo die rote Linie ist und jetzt aktuell befinden wir uns eben oberhalb des Hochs. Das heißt, wir haben hier ein neues Hoch nach diesem Ausbruch gehabt. Wir sind hier 0,19 Prozent vom Allzeithoch entfernt. Warum? Nun ja, hier ist der Schlusskurs und hier ist das Hoch. Das ist nur ein kleiner Abstand, aber es ist halt wichtig und man muss das auch nicht prozentual machen. Ich selber mache das zum Beispiel überhaupt nicht. Wir machen es jetzt nur zur Verdeutlichung für euch, damit ihr versteht, wie wichtig es ist, diese Dinge einfach zu berücksichtigen im Handel. Wir haben einen Abstand zum Ausbruchslevel, also zum letzten Punkt 2, bezeichnet man immer hier als Hochpunkt von etwa 1,23 Prozent. Wir sehen auch hier, dass die Korrektur hier sehr flach verlaufen ist, also es ist nicht sehr weit nach unten gegangen, was auch erstmal dafür sorgt, dass hier mit hoher Wahrscheinlichkeit der Markt weiter steigen wird. Schauen wir uns den S&P 500 an. Auch hier sehen wir, dass wir am Vortag ein neues Jahreshoch oder Allzeithoch gemacht haben. Hier befinden wir uns allerdings 0,91 Prozent vom Allzeithochweg, also ein Stück weiter als beim DAX. Die Korrektur im Vergleich zum DAX ist auch nicht so flach, sondern sie ist doch ein deutliches Stück weiter zurückgekommen. Und der Abstand zum Ausbruchslevel, also hier zum letzten Punkt 2, ist nur 0,22 Prozent. Das heißt, wir haben jetzt uns zwei Märkte angeschaut, einmal den deutschen Markt, einmal den amerikanischen Markt und haben jetzt erstmal die Möglichkeit zu beurteilen, welcher der beiden Indizes, also nur erstmal der Indizes, sieht grundsätzlich stärker aus. Jetzt nehmen wir noch einen dritten Index dazu, das kennt ihr bei mir aus dem Wochenausblick. Jeden Montag sprechen wir ja darüber, was ist der stärkste Markt, welche Aktien machen hier auch Sinn. Solltest du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert haben, solltest du es spätestens jetzt nachholen, weil es macht einfach Sinn, eben kontinuierlich zu wissen, was ist der stärkste Markt, damit du anschließend immer die stärksten Aktien handeln kannst und dadurch kontinuierlich viele hundert, wenn nicht sogar tausende von Euros im Monat, in der Woche oder sogar am Tag für dich vereinnahmen kannst. Denn Momentum Trading ist die einfachste Art, schnell Geld zu verdienen. So, wenn wir den Nasdaq nehmen, auch hier sehen wir, ein Ausbruch über den P2 war hier, allerdings sind die Schlusskurse drunter. Wir haben also Notierung unter dem Ausbruchslevel. Die Korrektur zum DAX ist deutlich ausgeprägter, denn der Markt ist hier weiter nach unten gegangen und der Abstand zum Allzeithoch ist zwischenzeitlich mehr als ein Prozent. Also, wenn man es kurz zusammenfasst, kann man sagen, von diesen drei Indizes sieht der deutsche Markt auf jeden Fall am besten aus. Der DAX ist der trendstärkste Markt gewesen. Wir haben einen Ausbruch über den Punkt 2 gehabt und wir haben eine sehr kurze, flache Korrektur im DAX gesehen, mit einem sehr geringen Abstand zum Allzeithoch. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie können wir dieses Wissen nutzen, um einen Trade aufzusetzen beziehungsweise eine Aktie zu finden, die besonders trendstark ist. So, und wir haben euch jetzt mal die Rheinmetall-Aktie herausgenommen, weil wir diese Aktie natürlich in unserem Portfolio haben, schon sehr, sehr lange. Ich habe sie als New Trade schon im Oktober aufgenommen, als die Palästinenser den Angriff auf Israel gemacht haben, haben dann die Aktie natürlich im Rahmen unseres Mentorings aufgenommen, einige Wochen später. Und im Rahmen des Screening-Dienstes haben wir die Aktie jetzt auch nochmal neu besprochen, und zwar am 26. Februar. Wir haben die Aktie dann auf die Watchliste genommen, um dann zu schauen, wie kann man das Ganze denn perfekt umsetzen. Und das möchte ich euch hier natürlich auch zeigen. So, das heißt, wir haben hier klar definiert einen Aufwärtstrend. Wir haben steigende Hochs und steigende Tiefs. Wir befinden uns in Phase 3. Maximales Momentum. Das Geld liegt also auf der Straße. Du musst es als Trader nur aufheben. So, das heißt, du brauchst dich nur zu fragen, hast du Rheinmetall in den letzten Wochen oder Monaten bei dir im Portfolio gehabt und bist du bis heute drinnen in der Aktie? Denn nur dann hast du das Maximale aus der Aktie herausgeholt und ich kann dir sagen, ich bin zwischenzeitlich mit der Aktie mehr als 50% vorne und das war gar nicht so schwierig. Aber es geht jetzt ja darum, wie kommt man in eine solche Aktie hinein? So, und wir wollen uns das anschauen. Der Ausbruch über den letzten P2 ist unfassbar stark. Hier ist das letzte Hoch gewesen und der Markt ist hier wirklich sensationell nach oben gelaufen. Wir sind 25% entfernt vom letzten Ausbruchslevel, wo die meisten natürlich schon eingestiegen sind. Doch wenn man jetzt einsteigen möchte, dann kann man natürlich sehr gut sagen, okay, die Aktie ist wirklich richtig, richtig stark. Zum Allzeithoch sind es nur 0,33%. Also ganz klarer Watchlist-Kandidat. Wenn wir dann überlegen, okay, wie kommen wir jetzt rein, was ist für eine Möglichkeit, hier ist die Aktie auf die Watchlist gekommen, hier ist die Korrektur gekommen, die zu erwarten ist und wenn ihr euch fragt, ja, wenn wir sie hier auf die Watchlist nehmen, warum sind wir nicht hier eingestiegen und haben das hier genutzt? Weil das nur Dummköpfe machen. Das muss man ganz klar so sagen, nur die Trader, die nicht verstehen, wie Trading funktioniert, steigen an solchen Punkten ein, wie hier, wenn der Markt schon so weit gelaufen ist, wenn er mehr als 25% gestiegen ist, dann macht es einfach überhaupt keinen Sinn, als Trader in eine solche Position hineinzugehen. Aber gut, das ist nicht unser Thema, denn es geht ja darum, wie kommt man jetzt professionell in eine Position hinein, wie verwaltet man die Position und wie viel Gewinn kann man machen? Kann man denn mit einem Trade, der so weit gelaufen ist, der schon mehr als 50%, ja sogar 100% Performance schon gemacht hat in den letzten Wochen, und kann man da wirklich noch Performance machen? Ja, kann man. Nämlich, wir schauen uns das an, wenn man ein einfaches Handelssetup, das ist wirklich die einfachste Art des Tradings, an einem Punkt 2 einzusteigen. Im Mentoring zeigen wir viele unterschiedliche Möglichkeiten, aber das ist eine Möglichkeit, hier reinzugehen und ihr setzt beispielsweise euren Stop hier unter das letzte Tief. Dann bedeutet das, ihr habt eine klare Definition, wann ihr was machen wollt. Und ihr seht hier, dass ihr innerhalb von nur 11 Tagen, nachdem wir die Aktie auf die Watchlist genommen haben und dann das Kaufsignal gekommen ist, knapp 20% Performance innerhalb von nur 11 Tagen mit einer Aktie gemacht haben. So, das ist Stand 2. April. Frag dich selber, hast du Rheinmetall in deinem Portfolio gehabt? Wir haben oft genug darüber gesprochen in den Webinaren. Wir haben oft genug im Wochenausblick darüber gesprochen, Rheinmetall auf den Schirm zu nehmen. Hast du es umgesetzt? Hast du es selber in deinem Screening-Prozess gehabt? Hast du auch in den letzten 11 Tagen fast 20% mit einer nur einzigen Aktie gemacht? Überleg dir, was das bedeutet auf ein 50.000 Euro Konto mit einem einzigen Trade, wenn du das umgesetzt hast, was das für dich bedeutet. Das ist der spannende Faktor. Das ist Trading. Wir reden nicht davon, wie du ein paar hundert Euro im Monat machen willst. Momentum Trading bedeutet ein komplett neuer Lebensabschnitt, Trading komplett anders zu denken und mit maximalem Momentum nach vorne zu kommen. Worauf kommt es jetzt am Ende des Tages als Trader wirklich an? Du brauchst eine gute Handelsvorbereitung. Es geht ganz klar darum, dass du genau weißt, was machst du? Wo hast du die größten Chancen als Trader? Wo hast du ein Handelssetup, was dafür sorgt, dass kontinuierlich das Geld nicht zu anderen fließt, sondern zu dir? Das heißt, du brauchst einen positiven Erwartungswert und das bekommst du hin, indem du einen guten Screening-Prozess hast und dann ein hohes Momentum nutzt mit einer guten Strategie, damit das Ganze dann sehr einfach für dich umzusetzen ist. Du brauchst ein gutes Markt und Trendverständnis. Trading erlernt man nicht in vier Wochen. Man erlernt Trading auch nicht durch das Lesen von zwei, drei, vier Büchern oder indem man sich eine Handvoll Videos anschaut. Trading ist etwas, was darauf basiert, dass du Erfahrungen hast und ein System hast, was kontinuierlich Gewinne bringt. Momentum Trading ist aus meiner Sicht das einzige System, was dafür sorgt, dass du kontinuierlich und zwar schnell sehr große Gewinne machen kannst, weil das Momentum auf deiner Seite ist, weil du hast in kürzester Zeit sehr hohe Gewinne, die zu dir kommen und wenn du einen Fehler gemacht hast oder wenn eine Aktie mal nicht gut läuft, dann bist du halt schnell raus und kannst sofort wieder die neue Position aufmachen. Aber es ist wichtig, ein gutes Markt- und Trendverständnis zu haben und das bekommst du nur, indem du viele Trades aufsetzt, immer wieder dir die Dinge anschaust oder es abkürzt, indem du beispielsweise eben im Rahmen eines Mentorings das Ganze sehr schnell für dich aufnimmst. Aber grundsätzlich geht es darum, du brauchst ein Marktverständnis, dass du weißt, wann musst du was tun. Ein gutes Beispiel dafür habe ich gerade gezeigt, wie man das Ganze optimal für sich umsetzen kann. Du brauchst eine detaillierte Planung und Umsetzung. Bedeutet, ein Trader ist nur dann erfolgreich, wenn er ein System hat, was immer wieder gleich ist. Das heißt, du brauchst einen Handelsplan, wo drinnen steht, wie muss dein Screening-Prozess aussehen, welchen Markt, welche Aktie möchtest du wann, mit welchem Handelssetup handeln, in welcher Marktphase, also bin ich in einer Phase, wo ich gerade noch am Anfang eines Trends stehe oder habe ich das maximale Momentum, wo ich unbedingt in eine Position hinein will. Wie setze ich das Ganze um, wie steige ich auch wieder aus einem Trade aus und dann natürlich hinten auch noch natürlich im Trading-Journal die Auswertung, was hätte ich noch besser machen können in meinem Gewinn-Trade oder wenn ich einen Verlust-Trade hatte, ist das einer der Verlust-Trades, wo ich Fehler begangen habe, im Vorfeld schon oder ist es einer der Trades, die grundsätzlich schief laufen. Auch das ist klar, nicht alle Trades funktionieren. Bei den meisten Tradern ist es so, dass sie zwischen 40 und 60 Prozent Gewinn-Trades haben. Alles über 50 Prozent ist emotional natürlich viel, viel einfacher, wenn du so wie ich beispielsweise 58 Prozent Trefferquote hast, bedeutet vier von zehn Trades gehen nicht ins Ziel. Sechs von zehn Trades sorgen dafür, dass du sehr ausgeglichen bist und dadurch, dass die Gewinne ja deutlich größer sind als die prognostizierten Verluste, weil du hast ja einen Stop im System, ist es sehr, sehr einfach als Trader auch emotional damit umzugehen und dadurch kontinuierlich hohe vier- oder fünfstellige Gewinne pro Monat einzufahren. Geduld und Disziplin ist eines der wichtigsten Eigenschaften eines Traders. Ich sage das immer wieder auch in den Webinaren, wenn wir darüber sprechen, warum sind viele Trader nicht erfolgreich. Das sehen wir manchmal schon bei den Fragen der ersten drei Minuten im Rahmen eines Webinars. Wenn du als Trader nicht die Ruhe und die Geduld hast, auf deine Chance zu warten, dann wirst du kontinuierlich zu viele Trades machen und du wirst viel Geld verlieren. Ich spreche dann oft von Leergeld und das Geld ist auch dann nur Leergeld, wenn du ein Trading-Journal führst und du anschließend es auswertest und weißt, welche Fehler du begangen hast. Wenn du aber Verlusttrades machst und kein Trading-Journal führst, naja, dann ist das Geld nicht mal Leergeld, sondern es ist einfach weg. Und auch das ist nicht wirklich wahr, weil es ist ja nicht weg, nur du hast es nicht, sondern jemand anders. Doch das ist ja etwas, was du nicht möchtest. Du möchtest doch, dass wenn du einen Trade gemacht hast, also im Idealfall mit in kürzester Zeit sehr viel Gewinn bringt. Auf der anderen Seite, wenn er aber mal nicht funktioniert, dass du ein gutes Stop-System hast, dass du im Idealfall break-even aus diesem Trade herauskommst und im dritten Fall, dass du eben einen von vier Trades hast vielleicht, der nicht wirklich funktioniert, wo du auch ausgestoppt bist, wo du sagen kannst, okay, damit kann ich sehr gut umgehen, aber ich schaue mir im Trading-Journal noch mal genau an, habe ich denn wirklich alles richtig gemacht oder kann ich in Zukunft sogar noch etwas besser machen. Das ist viel, viel wichtiger, als viele Trades zu machen, sondern es ist die Kombination aus einem festen System und der Geduld und der Disziplin, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu tun. Du siehst also, das Thema ist komplex und auf der anderen Seite doch so, so einfach, denn Momentum Trading, dabei bleibe ich, ist die einfachste Art, schnell Geld zu verdienen an den Börsen und ich hoffe, du hast einiges für dich hier mitnehmen können und wenn du sagst, Mensch, das ist ja total cool, das würde ich auch gerne in der Tiefe verstehen, also wie schafft ihr es, wie schaffen eure Kunden es im Mentoring, so hohe Performances zu bekommen und zwar von 1, 2, 3 Prozent und mehr pro Woche, die besten, wie gesagt, 5 Prozent, 10 Prozent und mehr in einer einzigen Handelswoche, dann lade ich dich ein. Vereinbare einfach einen Beratungstermin mit uns, das Ganze verlinke ich dir hier, dann hast du die Möglichkeit, mit unserem Team zu sprechen, wie auch du es schaffen kannst, erfolgreicher Trader im Bereich des Momentum-Handels zu werden, damit auch du kontinuierlich hohe Renditen erzielst. Ich hoffe, du hast einiges für dich mitnehmen können aus diesem Video, wir haben hier sehr viel Einblick gewährt, ich hoffe, du hast vieles für dich mitnehmen können, ich wünsche dir eine erfolgreiche Handelswoche, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like von dir natürlich auch sehr freuen, solltest du den Kanal noch nicht abonniert haben, du weißt es, dann solltest du das jetzt auf jeden Fall nachholen und wenn du Ideen hast für weitere Trades, dann schreibst gerne in die Kommentare, ob wir mehr solcher Videos machen sollen. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und viel Erfolg an den Märkten.